Der Postcode Monatsgewinn im Januar geht nach 92318 Neumarkt in der Oberpfalz. Wir verteilen wieder 1,4 Millionen Euro. 700.000 Euro im Postcode und 700.000 in der Postleitzahl. Die Überraschung! Hallo, hier ist die Deutsche Postkollotterie, na? Hallo! Kommt gerne einmal raus. Sie ist auf jeden Fall sehr aufgeregt. Sie ist so aufgeregt, ich würde fast sagen... Ich nenne die Blumen. Max, den Blumen schon, ist noch mal ganz gut zuhörig. Dann sind die Hände nämlich beide frei. Und jetzt? Darfst du? Danke. Am Check-Zimmer. Wow, jetzt wirklich? Ich finde sprachlos. Dankeschön! Ich weiss nicht, ob ich das wirklich in einem Satz zusammenfassen kann. So eine unvorstellbare Summe. Man weiss ja nicht, was kommt. Die Überraschungen, die sind, ich glaube, überwältigt. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, ja, die Welt. Das bedeutet alles. Also meine ersten drei Gedanken sind auf jeden Fall Freude, 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 Freude. Und auf jeden Fall, man weiß, man macht da auch noch was für einen sozialen Zweck. Und man hat, ja, zwei Dinge. Man hat einmal was für sich selbst und dann auch noch was für andere gemacht. Und das fühlt sich einfach so gut an. Und das fühlt sich einfach so gut an. Vielen Dank.